Ich komme gerade von zu Hause. Ich wohne ja da hinten und jetzt laufen wir zur Fachhochschule. Das ist ungefähr fünf Minuten zu Fuß, also das ist ganz praktisch für mich und ja, gehen wir einfach. So, wir sind jetzt hier in der Fachhochschule Dortmund angekommen. Hier ist mein Fachbereich Maschinenbau. Ich zeige euch jetzt mal hier, wie ich hier studiere und wie es hier aussieht. Okay, ich zeige euch jetzt mal Fachdienstbiothek Maschinenbau und ja, dann wird es schön ruhig bleiben. Hier ist ein Buch über technische Thermodynamik und ja, das ist auch sehr wichtig für Energie- und Umwelttechnik. In dem Bereich will ich mich ja auch spezialisieren. Okay, ich zeige euch jetzt mal den größten Hörsaal hier von der Fachhochschule und das ist A101. Also kommt mal mit. Ups, ist gerade vorlesen. Also schnell wieder verziehen. So, jetzt habe ich euch ein bisschen die Fachhochschule gezeigt. Hier ist jetzt noch so ein Innenhof, wo man sich ein bisschen aufhalten kann und zum Beispiel eine rauchen könnte. Aber ich darf ja nicht und will auch nicht. Even wenn ich mal rumzie. Untertitelung des ZDF, 2020